Die 400M Läuferin muss längere Zeit pausieren. Ruth Sophia Spielmeier, beste deutsche 400M Läuferin, muss auf einen Start bei der Leichtathletik-EM in Berlin, Sechster bis Zwölf. August verzichten, wegen einer Stressreaktion im Schambein werde ich einige Zeit pausieren müssen und kann an der Sommersaison 2018 nicht teilnehmen, schrieb die 27-Jährige bei Facebook. Ich werde zurückkommen, stärker und besser als vorher. Die Oldenburg-Aaron hatte zuletzt dreimal in Folge den DM-Titel über die Stadionrunde geholt und bei der WM in London das Halbfinale erreicht. Ihr Ausfall ist auch ein herber Verlust für die deutsche 4x400M Staffel. Zuvor hatte bereits Hürden-Sprinter Matthias Bühler sein Saison ausverkündet. Der Olympiastarter von Rio leidet unter Rückenproblemen.